Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Homologe Reihe der Alkene. Ich möchte in diesem Video zwei Fragen beantworten. Was ist eine Homologe Reihe? Und durch welche allgemeine Formel können Alkene dargestellt werden? Ich möchte zunächst die ersten Alkene in rationaler Darstellungsweise präsentieren. Ich werde dabei auf die Einfachbindungen verzichten. CH2 Doppelbindung CH2 E-Ten CH2 CH CH3 Prop-Pen CH2 Doppelbindung CH CH2 CH3 But-Ten CH2 Doppelbindung CH CH2 CH2 CH3 Pen Tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Drucker in ein zeitgeist auf www.sofatutor.com äure spans. Netzwerk in einиц